Moin zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Apex Legends. Bei der letzten Folge haben wir einen Match gewonnen und wir hoffen, dass wir dieses Mal wieder Glück haben und Erfolg haben und wieder eins gewinnen werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Oh, wir sind dieses Mal letzter. Oh, wen nehmen wir denn diesmal? Ah, jetzt werden wir mit Platon einmal richtig Erfolg hatten. Komm, Pathfinder. Dann will ich mal was anderes machen. Ach, siehste? Beim Pathfinder habe ich jetzt wieder mein Level stehen. Das ist doch vom Charakter zu her, Charakter unterschiedlich. Das ist großartig. Ich bin der Jumpmaster. Ich bin der Jumpmaster. Ah. Warum denn unbedingt da? Ich hasse das. Wenn du jetzt nicht da springst. Was hat die denn von da hinten? Hm? Da. Nee, 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 nee. Roger, ich habe ein guter Gefühl über diese Bereich. Let's go this way. Hold your breath. If you have to breathe. Let's go this way. Okay. Okay. So, hier ist die erste Bude hier links. Oh, was ist das denn für ein süßes Wäufchen? Oh, hoffe ich tue damit auch jemandem weh. Da war doch schon einer. Hostel right here. Hier ist kein Eingang. Hier ist kein Eingang. Was ist denn da drin? Wo ist denn da drin? leider ich glaube doch nicht das war es das war es aber hat einen guten start von nicht ja liebe leute ich glaube wir werden wieder auf bloodhound wechseln mit denen kann ich bis jetzt immer am besten klar machen wir auch bis wir vielleicht mal den mirage oder den anderen charakter freigeschaltet haben es sei denn der bloodhound wird natürlich direkt vergeben sein das ist eine andere geschichte haben werde ich mich wohl nicht auf ihren partfeindern entscheiden ich weiß noch nicht so war Entropie ist die Natur des Universums. Ich habe einfach katalysiert das Prozess. Entschuldigung, dein Champion. Hatsache für ein Puckerfactor. Oh, ein 60er. Ich glaube, wenn man das Level da sieht, dann sieht man auch die Charaktere, die die auch nicht immer spielen. Ach, ich bin Jumpmaster. Warte haltet ihr denn von da hinten? Super. Habe ich mich verschätzt? Ich habe mich verschätzt. Und wie ich mich verschätzt habe. So, wir machen jetzt da. Yeah, geht doch. Das habe ich aber extrem verschätzt. Ich dachte, ich könnte weiter fliegen. Will ich wissen, was das ist? Oder erfahre ich das noch? Der baut doch hier Sachen auf, oder? Ne, ich mache nicht. Ah, ist ein bisschen Ersatzsache dabei. Und was ist das? Was ist das? Verbarrikadieren die sich jetzt hier? Scheint mir so. Was ist das denn das? Das sieht aus wie Pfeilen, was er hier aufbaut. Für uns gut, aber für andere vielleicht tödlich? Was soll uns noch da begeben? Ich meine, auf der Stelle zu stehen, bringt uns ja auch nicht weiter. Irgendwann wird der Ring ja kleiner. Die Pulsar-Station. Die Pulsar-Station. Wer wäre denn der neuen Kimmelleader? Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ultimate Accelerant hier. Was ist da? Na, komm mal! Ein Sturmgewehr. Ich muss zufrieden, das ist alles, was ich habe. Ich bin ein Sturmgewehr. Ich bin ein Sturmgewehr. Die gleiche Munition wie die andere. Könnte ja eine knappe Geschichte werden, ne? Ja, ich glaube wir riskieren das mal. Vielleicht finde ich ja noch genug Munition. Kranat. Entschuldigung, wir sind ein Sprengkörper. So, da ist, was haben wir hier? Wieder ein Sturmgewehr. Okay. Ah, endlich mal irgendwas. Bis jetzt ist es noch ziemlich ruhig. Hoffen wir mal. Elf Squads existieren noch. Ich empfehle, dass wir etwas Forschung in diesem Bereich machen. Zeit. Oh. Wir sind alle außerhalb des Ringes. Ach. Kann er sehen, wo der Ring endet? Kann das sein? Ich bin wieder so angespannt. Scharfschütze. Oh ja. Gucken wir mal mit, falls wir doch mal schnell die Waffe wechseln müssen. Was haben wir hier? Eine MP. Das ist sowieso gut hier. Was? Ein blauer Helm. Okay. Ich muss jetzt auch keine Feinde gesehen. Gasstrahl eröffnet. Oh. Verbarrikadieren wir uns jetzt da drinnen? Oh. Der Ring kommt ja. Shit. 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 Leute. Oh. Oh. das ist auf dauer nicht gesund für uns wo geht es denn hier raus ich weiß ich weiß verkleidet er sich immer noch meine herren also so kann ich schnell laufen ok aber kann er nur der platon oder können auch die anderen das ist ja wieder eine driss er wird mir in dieser rutsche denn jetzt hey was machen die was mache ich da das ist doch nicht schön keine schöne sache komm schneller mann auch war aber knapp du warum halt er mich nicht mehr oder kann er nicht mehr was war das ach mäuschen habe ich schon alles weggekrallt ihr seid aber lieb lässt ja gar nichts immer ich weiß wir müssen wir wissen vorankommen oder bevor wir gleich gar keine sachen mehr haben habe ich gerade aufgehoben hat die mir weg genommen mann was da ist Oh Gott sei Dank. Achso, ich bin voll. Ah, da hängt das Problem. Die Munition habe ich nicht. Deswegen können wir die ruhig ablegen. Für diese Munition habe ich keine Waffe. So, jetzt habe ich es. Die Munition ist in close proximity. One more minute. I suspect we will find something here. Okay. Sie haben jetzt keine Fußspuren oder sowas, ne? Ja, jetzt hast du mal so einfach. Ah, Mann, ich wollte noch. Ich habe die falsche Knöpfe gerückt. Wie üblich. ... ... ... ... ... Was? Ah, siehst du das anstatt aus dem Gaskarnaten oder sowas. Ja, es war diesmal meine Schuld. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Ah. Anstatt zielen und dings habe ich auf L1 und L2 gedrückt. Und somit hatte er erst... Ähm, statt auf zielen habe ich auf L1 gedrückt. Und dann hat er nämlich erst diesen scheiß... Ähm, Sucher gemacht. Mann. Ja, auch so kann man ein Match verhauen. Passiert. Wir haben lange überlebt. So, neues Glück. Ich seh doch mal, wenn man mich angewöhnen, Eric aus der Hüfte zu schießen. Oh ne, ich hoffe, dass jetzt keiner weiter zu bequatscht Okay Komm da durch gebe ich jetzt diesmal Da ist noch jemand, der kältet Da möchte er Na komm, machen wir das nochmal Sind wir zu früh gesprungen? Ich kenn das Die Erfahrung hab ich auch schonmal gemacht Aber in einem könnte passen So, ich geh direkt hier rein Nichts da, das ist er nicht Meine Herren Hab ich mich jetzt erschrocken Ich hab gedacht, das wär nur ein anderer So Ein bisschen Muni wär nicht schlecht Keine Gegner in Sicht Das gefällt uns Das ist auch nichts Ich bin hier, sie haben sie verstanden. Ich muss das auf die Hand sehen. Schmerzen auf mich! Oh, wo hast du gefallen, Mann? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ahhhhhhhhhhhhhh. Ich hatte keine Audi mehr. Oh, wo hast du denn gekommen? Passiert, Junge. Ist halt so, ne? Aber so ist das. Ich weiß nicht, dass du ihn bekommst. Oh, ich meine, ich kann nur geborgen werden. Das ist nicht gut für dich, das ist nicht gut für dich. Oh mein Gott. Ach nee. So, ich würde sagen, sonst auch nicht direkt schon eine neue Runde anzufangen. Oder sollen wir zerwagen? Komm, wir wagen es noch. Ich versuche nur eine Runde. Wenn dich halt ein bisschen zieht, zieht sich halt ein bisschen. Kriegen wir schon hin. Oh, wir dürfen jetzt letztes. Oh, ich bin auch schon einer länger dabei. Das ist dein Champion. Ich bin Jumpmaster, okay. Was, wo? In Ordnung. Na gut. Wenn wir zu haben wollen, kriegen sie es. Okay. Das ist alles. So. Jetzt kommt es ein bisschen. Das ist nicht so. Okay. Wir dürfen hier. Zack zack. Luten wir es bis das Zeug geht hier. Das erste Blut wurde vergossen. Okay. Wir haben keine Falle angezeigt. Na. Na ja, er hat auch nicht schrattet. Warte. Na ja, nur ein Versuch war es noch wert. Es sollte dann wohl nicht so sein. Aber es hat wieder Bock gemacht. Ah, guck mal. So, das war es auch wieder mit Apex Legends. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib dir die Folge einen Daumen hoch. Lass ein Abo da. Hinterlasst mir einen Kommentar. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.